Jungfelsalat hat aktuell Beef. Und zwar einerseits mit Shuyoka und andererseits mit mir. Obwohl ich die Sache zwischen Jungfelsalat und mir nicht wirklich als Beef bezeichnen möchte, aber was nicht ist, kann ja noch werden und wir kommen später noch dazu. Aber erstmal, was ist denn zwischen Shuyoka und Jungfelsalat jetzt passiert? Im Dezember hat Shuyoka im Stream zu ihm das hier gesagt. Dass er Videos zu mir macht, darum gebeten, dass er es nicht tut, wenn er mich schon fragt. Ich habe privat gesagt, bitte tu es nicht. Und das haben die meisten auch einfach mal so geglaubt. Schon ganz schön wild, wenn man darüber nachdenkt, dass es eine Aussage von Shuyoka ist. Aber es war einfach eine willkommene Aussage, da man diese ganzen Streamer nicht mehr tragen konnte, die auf Krampf jede noch so absurde Äußerung von Shuyoka verteidigen mussten. Und es fühlte sich einfach gut an zu wissen, dass diese Leute nicht mal mehr den Rückhalt von Shuyoka haben. Allerdings scheint die ganze Sache doch nicht so ganz gestimmt zu haben. Wer hätte das nur für möglich gehalten bei Shuyoka? Denn aus Jungfelsalats Sicht lief die Sache ein klein wenig anders ab. Jo, kurz zur Info vorab, Shuyoka hat das Video von Jungfelsalat bereits striken lassen. Sie hat dazu das Urheberrechtstool von YouTube missbraucht, um Kritik an sich löschen zu lassen. Daher müssen wir für dieses Video hier die Ausschnitte aus KuchenTVs Reaktion auf das Jungfelsalat Video nutzen. Wir berufen uns hierbei auf das Zitatrecht, um Shuyokas Inhalte zu kritisieren. Sie hat mir dann in einer Sprachnachricht gesagt, welche Stellen sie nicht so gut fand, wo sie sich mehr Einordnung gewünscht hätte. Aber sie hat in der Sprachnachricht auch gesagt, dass ich das natürlich hochladen kann und das völlig fein ist. Und dass das völlig fein ist, waren sogar ihre exakten Worte in dieser Sprachnachricht. Also Jungfelsalat hat sie extra nochmal angeschrieben, um zu fragen, ob seine Reaction auf Tobias Huch so in Ordnung ist. Und abgesehen davon, dass ich das mega unnötig und unselbstständig finde, dass man irgendwie einen anderen Creator anschreiben muss, um zu fragen, habe ich das hier gut gemacht, ist das absolut mehr, als er hätte tun müssen. Und ich verstehe absolut nicht, warum Shuyoka ihn jetzt nochmal namentlich in ihrem Stream fronten musste und ihn dafür kritisieren musste, dass er absolut mehr getan hat, als er hätte tun müssen. Aber sie stellt es ja eben auch ganz anders dar. Also das Problem ist jetzt, dass Jungfelsalat angeblich eine Reaction hochgeladen hat, obwohl sie gesagt hat, dass er sie nicht hochladen soll. Wo ich mich mal wieder frage, wozu braucht man hier irgendeine Erlaubnis von Shuyoka? Aber ich glaube, da werde ich nie hinterkommen. Und zweitens, wir können jetzt nicht genau wissen, wer recht hat. An der Stelle haben wir jetzt auf der einen Seite Shuyoka, die ihm im Stream einen Vorwurf daraus gemacht hat, dass er Videos veröffentlicht hat, obwohl sie ihm gesagt hat, er soll sie nicht veröffentlichen. Und auf der anderen Seite Jungfelsalat, der schon so den einen oder anderen Indiz bis jetzt gezeigt hat und ihr auch nochmal explizit erlaubt hat, die gesamten DM-Verläufe zu veröffentlichen und die Sache somit klären zu können. Auch wenn ich bezweifle, dass Shuyoka das tun wird. By the way, Leute, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, ich habe die Woche meinen Namen von MH Creators zu einzig Hugo gewechselt. Falls euch der neue Name gefällt und ihr mich unterstützen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ich nicht aufgrund der Namensänderung aus dem Algorithmus rutsche. Danke euch. Das Video von Jungfelsalat ging auch sehr spannend weiter. Und man erkennt an der Reaktion von Shuyoka auf Twitter auch, dass ihr der Inhalt überhaupt nicht gefallen hat. Punkt. Jungfelsalat veröffentlicht private DMs aus linken Safe Spaces von Flinter-Personen, um ein paar lächerliche Klicks auf seinen YouTube-Channel zu bekommen, mit folgenden Tags. Shuyoka, KuchenTV, Tobias Huch, Montana Black, Monte, Pia Scholz. Na und Shuyoka? Also wo ist dein Punkt? Wo Problem? Und was die Privatnachrichten aus linken Safe Spaces von Flinter-Personen angeht, geht es wohl darum, dass Jungfelsalat zu einer Zeit, als er damals auf KuchenTV reagiert hat und KuchenTV dann ein Video gegen Jungfelsalat gemacht hat, von einem gewissen Discord-Server gekickt wurde, mit folgender Begründung. Hey Feldi, wir haben gerade zunächst in kleiner Runde beschlossen, dich vorläufig vom Server zu kicken. Grund ist ein erheblicher Vertrauensverlust aufgrund deines unsolidarischen Verhaltens, trotz begründeter Kritik öffentlich auf Content von KuchenTV zu reagieren, jemanden, der immer wieder durch Hetze, insbesondere gegen Flinters, aufgefallen ist. Durch deine Reaktion hast du ihm die Gelegenheit gegeben, seine Hetze gegen Shuyoka und Freiraum-Reh fortzusetzen. Eine Gelegenheit, die Kuchen gestern direkt genutzt hat. Dieser Vertrauensverlust wird noch darin verstärkt, dass du Kuchen einen freundlichen Talk angeboten hast, mit dem Ziel, Beef zu vermeiden. Dies empfinden wir als sehr unsolidarisch, da dein Verhalten Auswirkungen auf Flinters hat, aber du lieber erstmal deine Probleme mit Kuchen besprechen möchtest, bevor du auf unsere Kritik reagierst. Die Bannentscheidung wird innerhalb von 24 Stunden demokratisch legitimiert. Über den Ausgang der Entscheidung informieren wir dich. Ja gut, das klingt jetzt erstmal absolut nicht wie eine Sekte und ich kann auch absolut nicht verstehen, dass Leute immer wieder diesen Vergleich bringen. Aber ernsthaft mal, YoungFeldSalat soll von diesem Server damals gebannt worden sein, weil er auf ein KuchenTV-Video maximal kritisch reagiert hat, KuchenTV sich diese Reaktion angeschaut hat und YoungFeldSalat KuchenTV daraufhin ein Gespräch angeboten hat, um die Situation zu klären und nicht dafür zu sorgen, dass es weiteren Beef, also Content gibt, also quasi noch um Shuyoka zu entlasten. Und dafür wird YoungFeldSalat jetzt auch noch von diesem Server gebannt. Sehr cool auf jeden Fall. Aber Shuyoka macht auf jeden Fall auch mal wieder sehr gut weiter. Und seine Mods haben dann eine Oh mein Gott, die scheiß Shuyoka und du gehst ihm halt auf die Nervenkampagne als öffentlich gefahren, während er mich privat ignoriert. Soweit erstmal das, was Shuyoka gesagt hat. Aber YoungFeldSalat lässt das absolut nicht auf sich sitzen. Hey, sorry, aber wo, wann und wer? Ich hab mit meinem Team gesprochen und wir sind alle Interaktionen, die wir finden konnten, komplett durchgegangen. Die eine Hälfte besteht aus Dialogen rund um ihren schon kontrovers diskutierten Artikel Ist Vegan Rechts? Und die andere Hälfte aus Solidaritätsbekundungen. Ich find schon alleine wild, dass er sich dafür überhaupt rechtfertigt, weil an sich kann man sich ja im Chat über Shuyoka unterhalten. Solange da jetzt keine Beleidigungen dabei sind oder Wüstenunterstellungen, ist das erstmal vollkommen in Ordnung. Aber anscheinend stimmt es auch einfach nicht und Shuyoka hat mal wieder gelogen. Ähnlich wie bei dem Vorwurf, dass er sie viel zu häufig thematisiert hätte, was halt nach seinen Angaben bzw. Einblendungen auch nicht stimmt. Aber kommen wir jetzt mal zu meinem aktuellen bzw. zukünftigen Beef mit YoungFeldSalat. Er hat nämlich vor kurzem auf mein Gespräch mit Gregors Politik reagiert und dabei einige echt wilde Aussagen getroffen. Bernd, eigentlich Björn Hocke. So offensichtlich ein Faschist, wie er kommt in der Politik. Der alles sagt, außer Haha. Also ich würde sagen, ich habe von ihm noch nicht genug gehört, um ihn selber als Nazi zu bezeichnen oder Neonazi. Hugo, du bist doch ein politischer Creator. Wie kann man denn nicht wissen, wie kritisch Björn Hocke ist, Digga? Also come on, Hugo Hopp, wem biederst du dich denn da an, Digga? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Also der Vorwurf, der mir hier gemacht wird, ist, dass ich Hocke nicht als Nazi bezeichne. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich mich noch nicht zu ihm informiert habe und dementsprechend nicht zu dem Schluss gekommen bin. Und das darf ich jetzt scheinbar nicht mehr, weil ich mich mit jedem Politiker beschäftigen muss, um ihm so ein Label aufdrücken zu können. Zudem stellt sich mir die Frage, warum soll ich mich denn mit Hocke beschäftigen, wenn doch eh alles, was ich von ihm gehört habe, absolut negativ ist und ich davon überzeugt bin, dass ich sowieso kein Fan werde und nichts von ihm lernen kann. Und dementsprechend habe ich darin auch noch keinen Sinn gesehen. Es bringt ja auch nichts, wenn ich mich einfach nur hinsetze und irgendjemandem irgendein Label aufdrücke. Vielleicht kann ich eines Tages ein Video machen, in dem ich inhaltlich mit Zitaten und Aussagen auf Hocke eingehe. Aber um ehrlich zu sein, möchte ich mich mit dieser Person so wenig wie möglich beschäftigen. Und der Vergleich, der hier dann gleich kommt, ist auch ziemlich wild. Aber er weiß, wer alles Vogue ist. True. True, ne? Du hast, ja, okay, das ist tatsächlich ein guter Punkt, Gucko, ne? Also muss ich wirklich sagen, so. Einerseits setzt sich Hugo natürlich hin und sagt, der und der und der und der, das sind die Voken, das ist die Vogue-Bubble. Die sind definitiv so dieses vorgefertigte Bild einer Gruppe, das ich jetzt einfach mal so pauschal einordne. Auf der anderen Seite, ja, ob Björn Höcke jetzt wirklich ein Nazi ist, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, sehr, sehr guter Vergleich auf jeden Fall, da es ja auch qualitativ auf dem gleichen Level ist, jemanden als Vogue oder als Nazi zu bezeichnen. Also ernsthaft mal, Vogue ist sogar noch eine positive Eigenschaft, da es im ursprünglichen Sinne etwas absolut Gutes darstellt. Bei Nazi ist das vielleicht doch so ein klein bisschen etwas anderes. Dementsprechend passiert auch absolut nichts, wenn eine Person zu Unrecht als Vogue beschuldigt wird. Wenn ich jemanden jedoch zu Unrecht als Nazi bezeichne, könnte das reelle Konsequenzen für diese Person haben und man verwässert auch diesen Begriff. Dementsprechend ist es etwas anderes, wenn ich eine Person versehentlich mal als Vogue bezeichne, die es nicht ist, als wenn ich jemanden versehentlich als Nazi bezeichne. Bei Vogue braucht man hier einfach keine so krasse Unschuldsvermutung und Beweispflicht, da es einfach kein richtiger Vorwurf ist. Sehr gut geht es dann aber auf jeden Fall auch weiter in der Reaction, und zwar bei dem Thema kritische Witze. Manchmal lacht man auch über einen dieser Witze, weil man in der Sekunde vielleicht auch nicht fassen kann, was gesagt wurde. Ja, das Coping-Lachen, das habe ich auch oft. Ja, wenn ich euch mal einen kritischen Witz erzähle, dann erzähle ich euch den auch nur, weil ich euer Coping-Lachen hervorrufen möchte und dementsprechend ist das ein Coping-Witz und ihr könnt mich dafür überhaupt nicht mehr angreifen. Also im Ernst, es klingt einfach nur so, als müsste er sich dafür rechtfertigen, dass er mal über einen falschen Witz gelacht hat. Schreibt eure Meinung zu der ganzen Sache in die Kommentare, schaut auch gerne bei den Kanalmitgliedschaften oder Ko-Fi vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn er mich schon fragt, wenn ihr da nervös macht, es ist mir sehr wichtig, wir sehen uns beim N плaten. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten mal. Bis zum nächsten Mal.